So, jetzt kommt's zurück zu Let's Play Ace of West. Mein welcher Homo ballert denn die ganze Zeit hier rum, da versteht man das mit eigenen Worten, eh. Alter, was machen die denn da? Guck dir das mal an. Julian, kaum bist du drei Sekunden, ist aber schon muss wieder anfangen zu meckern. Nein, nein, guck dir das mal an, das hab ich noch nicht gesehen. Und hier ballert die... Guck dir das an, guck... Guck mal, guck mal in die Mitte von Epic Ridge. Ja. Guck, ich hab auch falsch, ich hab noch den Server hier. Muss ich mal kurz testen? Ja, ich muss auch mal testen. Na, danke, dass du denkst, dass ich weiß, wenn ich schon runtergesprungen bin. Ich hätte eigentlich nicht drunter springen lassen. Holt mal, ähm... Oh, mein Gott, wir haben nur noch Fade. jetzt bei den Servern Ah, Squats gibt's auch nicht. Wie kommen die anderen denn da runter? Haben die irgendwo ne Treppe gebaut? Nein! Bin ich wieder runtergefallen, ist doch scheiße! Maaaannn Ok Wir müssen mal eben Erstmal hätte ich in und her switchen müssen Runter hätte ich noch gut an den Cloud Hier kommt keiner Hier unten gibt's Wege, Matti anscheinend Runter Naja auch nicht Was sind denn denn hier für abgefuckte Leute? Wer macht denn so'n Scheiß, ey? Hier runter geht's Ah, das ist ja schon wieder die Community, die das dann besser macht, aber Oh mein Gott Zumal von hier noch keinen Fallschirm Wollt ihr mich verarschen? Was für Bullshit baut ihr denn hier? Da baue ich mir jetzt meinen eigenen Weg Super behindiest das doch ohne Witz Ich mach' mir jetzt meinen eigenen Weg Halt die Fresse, Matti Halt die Fresse, Matti Ich bin der Matti, ich bin zu hinkommen Ich bin der Matti, ich bin zu hinkommen Ich bin der Matti, ich bin, oh man Alter, ja endlich So So Lol, wer schießt denn von da unten? Nein Nein Ich bin meine eigene Scheiße hier bei uns Ist doch kacke Nanananana Ist doch kacke Äh Äh, genau Versuch' mir eigentlich das Dachtier runterzuschmeißen Da die an jeden Kontakt hier lösen, oder was? Jaja, ich hab auch schon gesehen, die gehen an jede Säule irgendwie Hm, da kann die nämlich gut snacken Ich hoffe, ich komm mit den Löcken hier durch, das dürfte aber so klappen Ich guck grad, welches noch nicht abgebaut ist Nein Okay, ich hab nur relativ wenig Fallschaden bekommen Lol, was für einen langen Weg hab ich denn noch Ist doch scheiße Lol 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 Boah, hab ich einen richtig dickes Snack Das hättest du sehen müssen, Matti Mach doch mal, ich hab dich gesehen Ah, fick das Boah, ist das grad laut, diese Scheißwassergeräusche Nö, die sind doch nicht laut Nö, ja, in der Aufnahme sind die nicht laut Nö In der Aufnahme sind die überhaupt nicht laut Ha, 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 ha Killed, jacked Ja, ich bin dann deswegen leise Komm an die irgendwie hoch Nö Ach, Bullshit In your face Nein Nein Okay Ach so, der Zwischenten oder was Lol, das ist grad gerunkelt Ich hoffe Hier steht jetzt keiner Aber ich hör schon mit meinen Geräuschen Das sind echt unglaublich die Typen hier Die haben echt gar keine Hobbys Ich glaub wir kommen jetzt endlich mal in den anderen Spawn Aber so ne kaputte Community, ey, ehrlich Wer war, wer ist denn, wer ist denn, wer ist denn die Typen Wenn du mir jetzt den Weg versperrst, ich kann ja sowieso durch den Stoßlaufen Ach, der baut das Ding hier Ja, komm mal her, du Spasti, ich mach mal da Silber Oh mein Gott Oh, das hast du über der Tetzel auch mir vom, halt vom Ohr gerissen, ey, wer nicht Die erste Hälfte von der Brücke ist grad eingefallen Oh mein Boah du Spasti, geh doch mal hier weg, ey, ist doch behindert Du bist richtig, der aber behindert Da sieht jetzt richtig krass aus Die erste Hälfte der Brücke ist einfach eingefallen Ich spring jetzt einfach mal geradeaus und mach die ganze Zeit halt auf, auf, auf Pickaxe Shovel Und Shovel, ich komm irgendwann hier oben raus Maaan Ich bin der Metti, ich hab einfach mal gar keine Ahnung, weil das hier so lange dauert, den Scheiß hochzubauen Oh, das kann ich schon mal die Pickaxe rauspacken Jetzt kannst du noch mal die Pickaxe rauspacken Oh Scheiße, die haben's bemerkt Ja, dann geh du mal vor, war Ich hab' ich gesehen Warte, warte Treff ich? Nein, daneben Treff ich? Nein, daneben Bitte jetzt nicht, bitte, komm jetzt nicht Musch was sagen Ich war ja Ja, du bist ein mega Ich will Hey, Matthias Halt doch einfach mal deine fette Schnauze Okay Ich kann ja mal so ne Musical-Folge machen, wo wir am Stück nur singen Maaan Oh Scheiße Wieso haben wir so ne Selbstmord, ja? Weißt du, was es eben war? Was? Das war gerade eben, äh, Quickscope Das kann nur ich Das kann echt nur du In Ace of Spades Beim Quickscope mit Ace of Spades, ne? So, wie komm ich jetzt hier bitte ordentlich runter? Ich hab meine eigene Taktik Wurscht auch noch Lol, entweder ist das hier ein Hacker Jo Ne, der scheint mich noch irgendwie um die Hacker erwischt zu haben Egal Ja, was bauen die denn hier für ein Bullshit, den man nicht mal sieht? Ihr könnt doch einfach einen Gang bauen, ihr dummen Fotzen, ey Tut mir leid, dass ich grad so rumflamen muss, aber das ist Das darfst du ja jetzt Das ist ja grad echt mehr als nötig Ich muss mir sogar wieder was eigenes bauen Ach Äh, Julian? Ja, ich bin grad ruhig, ich bin grad Eine super Technik, gleichmäßig nach unten zu kommen und ich bin nach unten Hab ich meinen eigenen Weg gebaut, haha, ihr Fucker Okay, jetzt bin ich wieder glaub ich ruhig Jetzt hab ich endlich mal einen ordentlichen Weg nach unten So, komm schon Jetzt kriegen die erstmal einen Bash Okay Okay, okay, okay Tuch, tuch, tuch Da vorne sitzt einer Den gehen schon mal weg Danke Aimbow Ist noch einer Da war der Rob Da war der Rob Da war der Roby Rob Okay Ich muss das ja von jener Kante entlang hoffen Hoffe, das hat mich keiner sehen Boah, ich hab nie so ne kaputte Antic Bridge gesehen, ehrlich Ach was, das war noch nie genau wie neu Ach, die ist doch total neu Lol Ach, hier war... Lol, davon ist jetzt einer Lol Was war das? Gammers Ach, ich weiß nicht Antic Bridge ist noch nie so verunschaltet worden Ich glaub das Das haben Das haben mehrere Leute organisiert Und es wird keiner auf die Idee kommen, ehrlich Von wo kriechen da Schaden? Ehrlich Bam Von wo warst, von wo kamst du, Mati? Ich war auf der Antic Bridge drauf Oben Ja Danke, Mati, danke für die Info Äh, scheiße Vielleicht bist du jetzt schon wieder tot Ich geh mal hoch Weil da hinten war, nein Bugs und Lecks und... Was? Ihr wollt mich doch verarschen Haben dieses Kamikaze Kacke da eingebaut Alter Welches Kack-Boom-Team hat den Kack hier organisiert, ehrlich? So, find ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht Lass mich verarschen, Mati Ich find das total schlimm, dass die die Map hier so verunschaltet haben Und warte, wo bist du gerade? Ganz am Anfang Ich bin oben auf dem Dach Ganz, ganz vorne Wo bist du denn? Hier bin ich überhaupt Ich bin grün, oder? Ja Könntest du mich doch nicht killen, Mati So Ja B4 Ist das jetzt der Erststrike Mati Ja Du wusstest genau Dafür wolltest du dann wissen Leichenfall Oh mein Gott Komm schon jetzt mal Die Sniper Weil der Mati das ja anscheinend will So, ich glaub wir müssen aufhören, Mati Wir haben ungefähr 13 Minuten oder so So, um die 12 Minuten, Mati Das hat sich aber gelohnt So, das ist jetzt, äh Mati, wir müssen aufhören Wir haben schon Volle Zeit ausgekostet Alles klar, dann bis zum nächsten Mal Ciao Reingehauen Reingehauen F7 drum ist doch krass